The Walking Dead Staffel 2 Finale No Going Back mit Daniel Veidt und Michael Obermeier, hallo. Wir spielen das Finale auf der Xbox weiter, hoffen wie immer, dass Spielstand Import und so weiter und so fort funktioniert. Und das wird, glaube ich, ganz schön übel, allein schon aus der letzten Vorschau gesehen haben. Es ging ja in der letzten Folge schon ganz schön übel aus und wir wissen gar nicht, wie übel es ausging, aber das sehen wir ja hoffentlich gleich. Denn es wurde viel geschossen und wie bei Walking Dead, wenn einer schießt, dann fällt meistens auch irgendeiner um. Bin schon gespannt, wer es ist. Was glaubst du, wer es ist? Hm. Clem nicht. Hm. Ob es Kenny gleich am Anfang zerlegt? Glaube ich nicht. Kenny ist zu wichtig, den töten sie. Ganz zum Schluss erst. Im Angesicht der Zuschauer, also, den sieht man sterben. Das ist ja die alte Game of Thrones Theorie, dass die Leute, die sterben, bei denen es nicht direkt gezeigt wird, dass die vielleicht gar nicht tot sind, sondern wiederkehren. Ja, haha. Oh nein. Ich bin. Hier. Danke. Wenn die Dinge starten nach links, dann lass sie dich mit ihnen schrauben. Ich mach es! Ich mach es! Ich mach es! Vielleicht erwischt es gleich die Brillenschlange. Was ist denn das für ein despektierlicher Ausdruck? Das Vierauge. Brillenheini ist der richtige Ausdruck. Boah, ist das spannend. Boah, hat das hier einen Streifschuss eingefangen? Boah. Clem. Ist das alles? Luke, lebt noch. Schöße. Wen hat's denn da rechts erwischt? Oh! What are you doing? Clem! Give her a high cover! Holy shit! I didn't even see him out there! Good work, Clem! Shit! Okay! Okay, we gotta do something, y'all! Get down here! We can't just sit here and let this guy take hotshots at us until he runs out of ammo! Just sit down! You're gonna get your head blown off! We can't just sit here! This don't have to get any worse than it already is! Just go! No! 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 Geht hier raus, oder ich lege ein Blut in dieses Kinds hands. Versteh mich! Versteh mich, bitte! Ich muss mit ihm sein! Ich habe gesagt, versteh mich! Kenney, was du machst? Ich bin mit dem Schluss. Geht hier raus! Richtig jetzt! Versteh mich 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 jetzt! Wer war das denn? Der eine von der anderen Gruppe, oder? Ach, seine Schwester! Wow! Wir haben es echt alle überlebt, oder? Schaut so aus! Naja, gut. Abgesehen von der Mutter in der letzten Folge. Ja, gut, aber die wurde ja jetzt nicht in dem Feuergefecht getötet. Das war... Das war... Das war intensiv. Ich dachte... Ja, ich dachte, das war es. Ja, das war für diese Scheiße. Danke für zurück. Ich wusste nicht diesen Mann. Ich habe nie jemanden, der mich nicht verletzt hat. Ich habe ihn nicht verletzt. Ich versuchte, dass er ein walker ist. Aber... Es ist anders. Du hast uns verletzt. Ja. Das ist das, was ich gemacht habe. Aber... Es fühlt sich falsch. nur die Einladung. Drei mal... Drei mal. wie das passiert? sie turn just like that Clem spotted it first did what she had to to protect the child this isn't your fault okay she just she just lost too much blood it ain't nobody's fault you saved the boy's life you know we could have done better by her she was just too far gone she would have been a good mom yeah yeah she would have don't worry Becca we'll take care of your boy you rest easy oh Kenny nein no it's over man he ain't a threat to us how can you say that? of course he is get out of the way whoa what are you doing? I'm doing the same thing this asshole tried to do to us Kenny his his sister is dead he's lost enough already you don't have to do this there is house food please 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 I can take you bullshit no no it's true we have place not far food see he wants to help oh don't be stupid he's just trying to save his skin why the hell would you help us huh? I I now want to see more people dead then close your eyes and I'll make it quick Kenny back off if he's telling the truth it could save all of us we need the food none of this will matter if we all starve to death she's right Kenny we're running low in supplies as it is it's worth the risk to check this place out trust him don't trust him it doesn't matter we should go anyway we just need to be careful it can't be far from here you stay out of this you're the reason these fuckers came after us in the first place don't try and pin this on me lay off Kenny she just helped us look don't start all right don't blame her for what these people did think about the baby Kenny if there are supplies we need them we ain't gonna last much longer without more food we gotta take a chance unless someone's got a better plan we got something to tie this shit bird up yeah I got something follow me thank you just give me a reason yeah man he gets it Kenny nervt immer noch ja also das weiß ich nicht langsam echt ein bisschen anstrengend aber gut unter den Zuschauern gibt es viele Leute die ihm das alle irgendwie verstehen können ihm nachsehen mich nervt es eher wenn ich die Schmerzen hörte wusste ich, dass es ein Fehler war wenn es hilft das was ich normalerweise mache ist, weg weg von gut aber ich habe es nicht obwohl meine Instincts mir sagen ich bin nicht schmerzt ich bin glücklich, dass du zurück bist ich wollte nicht, dass du in den ersten Platz gehst danke das ist gut denn du bist wahrscheinlich 90% der Grund, warum ich zurückgekommen oh nein und es wird wohl sehr witzig, dass du mich immer noch nie ich würde es nicht witzig, dass du mich immer noch nie ich würde es nicht witzig, dass du mich immer noch nie Ja, ich habe das auch bemerkt. Ich werde das wirklich wirklich funktionieren. Wir sind alle auf dich. Ich werde mein Bestes. Ich weiß. Komm schon, Slowpokes! Ich glaube, Kenny überlebt die Folge nicht. Ich glaube, Jane überlebt die Folge nicht. Nur um mir eine reinzuwirken, weil es sie gerade richtig gut findet. Jane könnte ja auch die... der spielbare Charakter in der nächsten Staffel sein. Boah, und das Klemmen drauf geht. Das wäre mal mutig. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Okay, ich habe das. Hey, was ich sagen? Wenn ich dir etwas sagen, du hörst, du verstehst? Kenny, komm, es gibt keine 필요e für das. Ja, er bekommt das, was er verdient. Ich spreche mit dir! Ich sage, stop! Du besser, stop! Kenny! Er versteht! Ich habe das. Ich werde mit Kenny sagen. Er muss ihn nicht so gut behandeln. Er hat genug gemacht. Du bist gut, hier? Ja, ja. Gehen Sie mit ihm. Ich habe Klamm, wenn ich etwas brauche. Okay. Hier, einfach den Baby. Okay. Was ist das? Was ist mit euch? Was bedeutet das? Jeder Mann, die ich weiß, ist immer versuchen, zu lassen sich wissen, wie schwer sie sind. Sie legen sie in ihren Platz. Eine Menge dominante, Alfa-Mail-Horse-Shit. Und es endet immer so. Aber nicht auf mich. Ich bin der Mann. Das ist nicht wahr. Ich bin der Mann. 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 Sie sind nicht alle so. Sie sind guter Mann, auch. Mein Freund, Lee. Er war ein guter Mann. Ich wünsche mir, dass ich ihn hatte. Ich wünsche ihm. Ich wünsche mir auch. Ich wünsche mir, dass er jetzt hier war. Ich glaube, es braucht eine Frau, um ihn zu sprechen. Sie sehen, wie Jane es entdeckte. Ich bin der Druck auf, okay? Ich gehe ein paar Bänden. Hey, Bonnie. Ja? Ja. Entschuldigung. Für was? Ich werde zurück. Ich bleibe gleich. Wie fühlst du dich? Wenn ich ehrlich bin bin, bin ich besser. Wie kommen wir hier hin? Wie meinst du? Ich bin in der Schnee, lege auf einen Baum, mit einem Böden in meine Lange. Aber lebendig. Wenn so viele meiner Freunde mitten sind, für keinen guten Grund. Und ich kann nichts tun. Alle, die wir mit uns sind, sind einfach weg. Nick, Pete, Alvin und Becker, Carlos, Sarah. Ja, und für was? Es macht keinen Sinn. Du kannst dich nicht schuldigen. Es war nicht deine Schuld. Nein, nicht komplett. Ich könnte mehr haben. Und das ist nicht für eine Debatte. Ich weiß es in meinen Böden. Ich muss mit ihnen leben. Okay, das muss funktionieren. Das ist perfekt. Was hast du? Hm? Uh, nichts mehr. Du weißt, ich spüren. Ja, nichts wichtiger. Okay. Du musst mir sagen, wenn du nicht möchtest. Ich bin gut. Hey, Clem. Geh auf und sehen, ob du die Böden auf die Kämie kann. Ich versuchte, aber ich glaube nicht, dass er mit mir gefühlt hat. Aber du kennst ihn besser als ich. Vielleicht wird er dir das machen. Ich weiß nicht, ob er mich verletzt hat. Ich weiß nicht, ob er mich verletzt hat. Vielleicht nicht, aber du solltest. Ich versuchte. Das wird verletzen. Aber nur für eine Sekunde. Es wird es verletzen. Wir wissen, was es macht. Es wird verletzen. Es wird verletzen. Yeah, Alkohol ins Auge kippen. Tja. Wie beim Frühschoppen halt immer. Ich dachte, wir gehen mit Alvin Junior. Was denkst du? Rebecca hat gesagt, dass sie ihn Alvin würde. Wenn es ein Mann wäre. Ich meine... Rebecca war so alt, dass sie nicht mehr sagen. Ja, das ist ziemlich kreativ. Das heißt, dass man sehr kreativ ist. Es geht darum, dass es ein guter Mann wäre. Und wenn es ein Mann wäre, etwas zu sehen. Alvin Junior wäre es. Du magst das? Ich denke, A.J. verletzt. Und schon mag man ihn irgendwie wieder, oder? Weil er A.J. heißt. Nein, ich meine ihn nicht. Hahahaha. 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 Oh nein. Ja, dann gib ihn halt weg. Hoffentlich ist es ein Mini-Spiel. Oh, warum ist es ein... Äh. Kann man da so reinpicken, so... Boink. Ja. Boink. Oh. Zeigen Sie es? Äh. Auf dem Video. Äh. Ha. Ha, ja, ha, ha. Ha, ha, ha. 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 Na, ha. Ich glaube, das wird das Schade, die Teil. Also, das wird so ein Hör sein. Du könntest ein wenig lieben, du weißt. Du musst zu stoppen, zu schwirmen. Ja, ja, okay. Du bist richtig. Baby wegnehmen, während man... na egal. Ach, das Kind ist alt genug. Sorry about the language, Junior. You're gonna be tougher than me when you're grown. I'm gonna expect you to be more of a gentleman than I am. Man, is that smart. He'll be tough. Just like his dad. Boy, Alvin didn't look it. But yeah, that guy had a pair on. You were right about me giving myself up. I can't believe I was willing to sacrifice Alvin just to hold out a little longer. We should have saved him sooner. Got him out of the camp. I'm gonna think about that. Every time I look at Alvin Junior here. Hmm. Alvin should be here raising this boy. It should be him. The best thing you can do for Alvin and Rebecca is raise him right. Make sure he's safe. I intend to. All done. Thank you, sweetie. Yep. Are you ready to go? Yes. Let's go out. Let's go out. Die Strecke war doch aber noch nicht so weit, als sie sich das angeschaut haben von der Gedenkstätte aus. Ja, sie wollten ja von der Gedenkstätte aus zu dieser einen Ortschaft. Ja, genau. Das war schon ein Stückchen. Aber jetzt hat ja der mit der Brille gesagt, sie haben ein Haus und Vorräte und jetzt wollen sie ja erstmal da hin. Es ist ja nicht gesagt, dass es auch in der Stadt ist. Vielleicht ist es auch nur ein Elektrizitätswerk. Es? Es ist was? Was bedeutet, was? Der Ort, wo du uns verletzt hast? Er spricht nicht viel Englisch. Arvo, ist das wo die Supply sind? Wo die Essen ist? Antwort ihr, verdammt! Nein, es ist in der Haus. Es ist noch mehr Arbeit, noch mehr Stunden. Verdammt! Ich wusste, dass das passieren würde. Dieser Mann uns verletzt. Danke. Keine Mentalität. Es ist schmierig. Maybe we should stop for the night. This is bullshit. Relax. Don't tell me to relax. He's lying. He's been lying this whole time. Luke needs a break. We probably all do. Look, I'll do whatever you guys want, okay? But I could use the rest. It'd be safer to rest in there, where there's a fence. Can we just try and have a calm, quiet night? Please. That sounds nice. Yeah. Yeah, it does. Oh, shit. Sorry about that. It's alright, buddy. It's alright. If we're staying, we should scout this place out. Alright. Y'all wait here. I'll go make sure this ain't some walker nest we're locking ourselves into. I'll go with you. See if... See if you can calm him down a bit. See if you can calm him down a bit. He's cute. Annoying. Yeah, he is, isn't he? Most babies are pretty ugly this soon after being born. That's true. They usually look like weird little aliens. Here, I got them. Come on over. It's safe. Der Avo führt was im Schilde. Ich glaub's auch. Man kann's ihm auch nicht verdenken, also... Today's my birthday. Near as I can tell, at least. Happy birthday, Luke. Yeah, man. Happy birthday. Thanks. So, that makes you... What? 27? That's... That's right. I'm surprised you remember. Sure as hell feel a lot older. Don't even start with that shit. Got out of college five years ago. Feels like a million years. At least I don't have to worry about paying off them student loans. I hear that. I'm sure there's some asshole sitting on that paperwork waiting to collect. Probably. What did you study? Majored in art history. That's cool. Sounds like you majored in working in a coffee shop. Pretty much. Oh, stop it. Yeah, get a minor in agriculture. Keep the old man happy. Oh, I almost forgot. We're saving it for a special occasion, man. While it being your birthday and all, figure... This is as good a time as any. Where did you get it? Bill kept all the alcohol in the armory. He didn't like people imbibing. What's that mean? Drinking. He didn't think people should drink. Feel a little guilty taking the first... Whoa, wait. You gotta make a toast. I'm not really the... Come on, birthday boy. It don't have to be fancy. A toast means we all got something to drink. Oh, we can just pass the bottle around afterwards. Go on. To the loved ones that we've lost along the way. And to the hope that we see them again. Someday. Hear, hear. That was real nice. Yeah? I didn't mean for it to rhyme. That was... Well, I got first watch. I think the fence has got us pretty secure. Can't be too careful. The baby might be cold. I can take it. Nah, you stay warm. Clem, let him go. I'm gonna post up over near the hole in the fence there. Holler, if you need anything. Thanks, Kenny. The fire is real nice. Plenty of room if you want to get warm. Maybe in a bit. I didn't expect her to come back. Just when I thought I got her figured out. She opened surprises. It's a good thing. You saved her eyes. I know, I know. I just don't know what she's getting out all this. We're lucky to have her. I'm glad she's here. Well, she helped us back there. So that puts her as okay in my book. Well, it ain't no secret how you feel about it. Come on. I'm just teasing. It was stupid. I understand. She's a pretty girl. Once you get past all the dirt and guts. I don't know. I guess I just wanted to forget about all this shit for like 10 minutes. 10 minutes? Man, that's longer than I'd last at this point. Hey. Alright. It wasn't 10 minutes. Come on. We got a little one around. The look. The look. That's gross. Yes, it is, Clem. And you shouldn't be talking about it. Maybe she came back for you. Could be. I don't know what to say to that. Sparen sie mir das. I don't know. Maybe she likes him? No, I think we could bet on that. Because you see here. Luke's a regular cast of 9. Hey, shut up. Don't be modest. Your moves are working on all the ladies. Worked on me. Das ist ja so gemein gerade. Oh shit. I just did it. I just did it. I just did it. I just did it. Sorry. It's the drink talking. They say a drunk man's talk is a sober man's thoughts. Well, I ain't a man. So they can take that shit somewhere else. Clem, go see if you can get Jane and Kenny over by the fire. It's too cold for them to be out there like that. Oh, and here. Maybe a swig of this will change the minds. Ja, ich hasse es, der Cliffhanger Michi zu sein. Aber wie die ganze Geschichte eskalieren wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.